Musik Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu, ja, einem neuen Angezockt-Video. Und Musik hören wir nicht auf Max. Ah, 60 ist okay. So, Rebel Cops ist, ähm, am 17.09. rausgekommen. Ich konnte es bisher noch nicht spielen. Ist ein, ja, rundenbasiertes Taktik-Spiel, in dem wir Cops spielen, die, ähm, ja, Verbrecher festnehmen wollen. Und, ja, testen wir es doch einfach mal. Entspannter Modus, für alle keine, was? Für alle, die keine Großherausbildung wollen, sie werden mehr Ausrüstung, Speicherstände erhalten. Ihre Feinde werden nicht zu stark sein. Ach, komm, wir nehmen gleich den normalen Modus. Ich nehme nicht schwer. Oh, 31. Oktober, haben wir ja bald wieder. 19,94. Ah, Text. Man muss auch sagen, das Spiel kostet nicht sehr viel. Also, ich glaube, normal 10 Euro und aktuell ist es gerade bei 8 oder 9 Euro. Also, naja, Bankraub. Um die 10 Räuber sind in das Hauptbüro der SM & Sons Bank eingedrungen. Sie haben Zugang zum Safefall erlangt, aber offenbar wollen sie nicht nur Geld, wie möglich, äh, wah, 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 wah. Sie wollen nicht nur mit so viel Geld wie möglich entkommen, sondern auch einzeigen, wie, äh, wie es Geschäften ergeht, die nicht mitspielen wollen. Ok, ok. Der Besitzer der Bank, irgendein Typ, ist der einzige wichtige Geschäftsmann in der Region, der nicht nur vor Viktor Zuev Klein beigeben wollte. Oder Züv, nennen wir ihn einfach Züv. Züv ist der mysteriöse Verbrechensboss, der in den letzten Monaten Ripton Stück für Stück übernommen hat. Also, der Ober-Boss, Gangster-Boss. Züv hat die Stadt, äh, hat in der Stadt das Sagen. Er kontrolliert nicht nur die Geschäftsleute, sondern auch die Beamten und sogar die Polizei. SM sollte besser nichts auf die Polizei setzen, was die Rettung seiner Bank angeht. Ihre Leute stehen auf Züvs Gehaltsliste. Gehaltsliste. Oh. Ich komme nicht über den Namen weg. Wer heißt denn so? Zum Glück sind wir nicht gerade normale Polizisten. Nein, wir sind Cops. Keine Ahnung. Was sind wir denn überhaupt? SWAT-Einheiten? Ach ja. Wir sind... Weiß nicht. Warum heißen die alle so komisch? Bone ist der einzige Normale hier. So, äh, nähern Sie sich das Bankgebäude. Machen wir doch. Ein Polizist führt üblicherweise zwei Aktionen aus pro Zug. Ja, einmal ein bisschen gehen ist halt eine Aktion, zweimal ein bisschen gehen ist zwei Aktionen. Dann kommt der nächste. Ja, das ist jetzt das Tutorial. Ich find's... Es sieht aber nett aus. Ja, wie heißt die? So. So, ein bisschen Comic-Kraft auch. So ein bisschen, ne? Was mich eher stört, dass fast alle meine Leute hier Cowboy-Hute aufhaben. Das stört mich. Bevor Sie ein Gebäude betreten, ist es sinnvoll, es erst einmal durch die Fenster auszukundschaften. Sie könnten etwas sehen, um dass Sie Ihre Pläne ändern könnten. Enemy spotted. Ja, zwei Leute. Gehen Sie ans Fenster. Können wir nicht einfach... Jedes aktive Objekt hat eine Anzeige. Wählen Sie es an. Und Sie können sehen, was Sie mit dem jeweiligen Gegenstand tun können. Okay. Ich kann es öffnen. Ja, wir haben ja noch eine Aktion frei, aber wenn ich das öffne, kriegen die das auch mit, oder? Öffnen. Fenster. Affirmative. Okay. Got it. Got it, visual. Wollen wir nicht gleich durch die Fenster die Leute erschießen? Undrüstet. Weil jetzt wissen die doch, dass wir da sind und ballern auf uns, oder? Noch nichts? Hinterhörnies. Stecken Sie sich hinterm Tisch. You got it. Nähern Sie sich dem Kriminellen. Wenn ein Verbrecher das Versächtiges bemerkt, wird er beunruhigt und besonders aufmerksam. Sie können versuchen, sich vor ihm zu verstecken. Aber wenn Sie von jemandem bemerkt werden, der bereits aufmerksam ist, wird diese Person sofort alarmiert. Also der hat noch nichts gecheckt, aber der... Was soll ich jetzt da hin? Soll ich mich nicht verstecken? Soll ich ihn gleich verhaften, oder was? So, betäuben Sie den Kriminellen. Was, wir betäuben? Mit einem Schlagstock. Hey, Mr. Krimineller! Ich habe einen Schlagstock. Mein Boomstick. Sorry? Hau ihn um. Er macht sogar das, was ich sage. Roger. Taser? Was will ich denn mit einem Taser? Geben die jetzt auf, oder was? Ach, den muss ich auch noch verhaften. Okay. Dann verhaften wir den auch mal hier. Wie, no way. Ach so. Der hat noch eine Bewegung. Dann machen wir das auch mal. Den können wir noch erschießen. Das wird bestimmt auch noch mal kommen, dass man die Leute trotzdem erschießen muss, weil sie zurückschießen oder so. Ach, wir sind doch gar nicht fertig. Dann an die Tür. Ach so, jetzt muss der die Position annehmen. Okay. Na, Tür öffnen. Hey, check this out. Stürmen Sie in den Raum. Roger. Partner müssen noch voneinander aufpassen. Wenn dann sich ein Polizist in einem Bereich bewegt, in dem ein Krimineller bemerken würde, wird Ihnen jeder Polizist in der Nähe dieser Gefahr warnen. Nur noch ein weiterer guter Grund dafür, nahe bei Samt zu bleiben. Ein Polizist kann einen anderen nur einmal pro Runde warnen. Ein Walkie-Talkie-Symbol auf dem Porträt zeigt an, dass der Polizist seine Warnung in dieser Runde noch nicht verbraucht hat. Ein Augen-Symbol unter den Füßen eines Polizisten zeigt an, dass einer seiner Partner auf ihn achtet und ihn vorgewarnt hat. Stopp, Kumpel! Kumpel-Warnung. Dann machen wir hier mal die Türchen auf. Ja, ich auch. Was soll steht jetzt gleich von hinten? Alter, kriegt noch nichts mit. Womit soll ich mich jetzt da ranschlagen? Right away! Oh, wir dürfen tasern! Understood! Nimm das Krimineller! You got it! Uiuiui, da sind noch mal ein paar. I'm taking you in! Was mich gerade ein bisschen stört, ist noch bei dem Audio, dass die Soundeffekte... Ich mach mal Tuck leiser. Die Funksprüche, die tun meinen Ohren weh. Mach die nochmal, komm. So, dann gehen wir mal zum Tisch. Ah, es gibt Beweise. Ui, ganz viel Text. Robby, ich bin mit meiner Geduld am Ende. Diese verdammte Tür wird niemals aufgehen. Ich habe das dritte Mal den Schlüsseltief angerufen. Und mir wurde wieder gesagt, dass jemand kommen wird, aber natürlich keiner kam. Scheint es also, wären wir Ausgestoßene oder sowas. Seit der Boss Sifffs Arschlöchern gesagt hat, dass sie sich verpissen sollen. Die liefern uns nicht mal mehr Pizza. Onkel Wett hat mir einmal ein Set an Dietrichen gegeben. Er sagt, sie hätten seit seiner stürmischen Jugend und ein paar Einbrüchen in seiner Garage gelegen. Hä? Aber ich habe keine Ahnung, wie man Dietrichen benutzt. Versuch's mal! Vielleicht hast du Glück! Nein, hab ich nicht. Was soll ich Dietrichen benutzen? Wir sprengen halt die Türen auf oder so. Du hast es. Ah! Da sind Geiseln. Ich dachte, das sind alles Bösewichte. Jetzt soll ich das Fenster öffnen und von vorne kommen? Entstanden. Naja. Ist ja nur Tutorial. Ich hätte jetzt einfach geschossen. Beobachten Sie Ihre Feinde. Sie werden feststellen, dass sich alle unterschiedlich verhalten. Die meisten Kriminellen werden in ein Gebiet auf verschiedene Routinen, Patrouillen, blablabla. Ja, ist mir schon klar. Der kriegt uns nicht mit, aber er hier, oder? Ja. Okay. Oh, Schlossknacken. You got it. Macht bestimmt Krach. Enemy spotted. Taser! Taser! They're everywhere! Gut, dass der gestorben ist. Ich kann ihn nämlich nicht aussprechen. Livid oder sowas. So, jetzt hat er geschossen. Dann schießen wir mal auf. Oh, ja. Kreuzfeuer machen wir gleich. Autsch. Autsch. Das war ein Autsch-Symbol. Okay. Du. Ich will auf den schießen. Der hat doch... Da ist doch keine Deckung, oder? Aber hier, wie hieß das... Raumschiff... Space-Spiel früher. Ich hab den Namen vergessen. Scheiße. Da wurde noch die Wahrscheinlichkeit angezeigt. Bomb. Headshot. Zu überlegen, oder was? Scheiße. Ich hätte den Text mal lesen sollen. Will do. Schusswechsel sollten nur extremen Umständen eingegangen werden. Die lauten Schüsse ziehen alle Feinde näher an. Er hat meinen Kumpel getötet, Mann, ihr Schweine. Aber vier Minuten. Zwei Headshots. Diesmal hatten sie Glück, aber erwarten sie nicht, dass ihre Polizisten mit jedem Schusswechsel ihr Ziel treffen. Behalten sie die Treffsicherheit im Auge. Und wägen sie die Chancen ab. Ach, das ist die Treffsicherheit hier. Das Symbol. Ihr Scharfschütze... Oh, ein Scharfschütze. Ist nur ein kaltblütiger Mörder. Er ist auch ein Kundschafter. Achso, nicht nur. Ich hab das nicht, glaube ich, überlesen. Er kann sofort die Situation in jedem Raum aus dem Fenster erfassen. Ich hab einen peek in den Seiten. Conrad... Äh, Conrad Old Spice. Die anderen Kriminellen sind im Safe. Vermutlich haben sie Geiseln genommen. Ja, gehen sie zum verletzten Polizisten. Got it! Versorgen. Ich wollte doch mal lesen, was für Text da ist, Mensch. Jeder Polizist kann eine Erste-Hilfe-Tasche mit auf den Einsatz nehmen. Meine kleine Tasche wird Verletzungen an Armenbeinen heilen und die Blutung von nahezu allen anderen Wunden stoppen. Meine große Tasche kann nahezu alles bis auf einen Kopfschuss heilen. Ah, gut. Kopfschuss ist immer böse. Machen wir mal Erste-Hilfe. Na, verdächtig, euch kriegen wir noch. So, ach, wir müssen uns die Geiseln auch noch nähern. Ich hätte die erstmal nicht beachtet. Befreien. Nicht alle Geiseln sind in einer ausreichend guten Verfassung zum Laufen. Einige werden... Was? Einige werden zum Evakuierungsbereich getragen werden müssen. Keine Chance. Verschlossene Metalltüren können weder eingetreten und noch ihre Schlösser geknackt werden. Sie können mit einer Kombination geöffnet werden, aber sie werden diese erst herausfinden müssen. Und dazu gibt es Notizen, die wir lesen müssen. Ah, brauchen wir gar nicht lesen. Dreimal die vier. Äh, viermal die vier. Äh, viermal die eins. Ah! Man sollte nach der Arbeit keine Videos aufnehmen. Entstanden. So. Er kommt nicht so weit. Nicht im ersten Zug. Scheiße, das habe ich Ihnen da vorgestellt. Right away. Äh, tauschen, tauschen Sie die Gegenstände mit den Polizisten. Oh, das geht auch. Ist gut zu wissen? Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich denn hier machen soll. Wie geht es zur anderen Person? No way. You bet. Können wir Leichen durchsuchen? Weil die werden auch noch gelb angezeigt. Bone. Oh, Geschwindigkeit. Hat er schon eine Fähigkeit? Oh, die können aufsteigen. Cool. Da tut es erst recht weh, wenn die sterben. Wer ist dran? Verdächtiger. Zug beenden. Na gut, machen wir das doch. Hm. Ich trau mich noch nicht so. Mal eine Blendgranate oder so. Auch wieder Geiseln. Ach, das ist uns auch ein bisschen geschützt. So. Nee, man kann da nichts machen. Schade. Hätte sein können, dass man Munition von denen kriegt oder so. Ja, Zug beenden. Jetzt werden sie auf den da schießen. Ach, Gott sei Dank. Okay, man kann zweimal schießen, wenn man sich nicht bewegt hat. Jesus! Nein! Halt! Gut, jetzt seid ihr, jetzt seid ihr, jetzt werdet ihr sterben. Jetzt. Jetzt wird, werdet ihr gefickt. Got it. Warum hat er jetzt nur, war es doppelt so, war es eine doppelte, das war doch nicht. Den knallen wir ab, ey. Dann, der wird auf den Bullen schießen. Ah, ich muss zugwenden. Ah, ist das ein Idiot. Oh, scheiße. Meine Weißen machen es sich lange. Sie sind schweine verwundet. So. Jetzt geht's aber los, du kleine Drecksau. Nee, der hat doch mal einen Kollegen geschossen. Da wird nichts mehr hiermit. Wir haben ja zwei Schüsse. Boah. Drei Verdächtige getötet. Ja, ist doch 50-50, Mensch. Ist doch alles okay. Aber die Schießereien sind schon... Die sollte man doch echt vermeiden. Jetzt habe ich bestimmt zwei verletzte Polizisten. Dann kann man mit denen nicht mehr arbeiten. Über Viktor Zyv ist nur wenig bekannt. Es heißt, er stamme aus der UdSSR. Da kommen alle bösen Jungs her. Und sei nach dem Zusammenbruch des Regimes Schutzgelderpresser geworden. Dabei habe er sich jedoch jemanden aus der KGB zum Feind gemacht. Und musste fliehen. All das sind nur Gerüchte, er besitzt ein einmaliges Talent dafür, Leute zu überreden und einzuschüchtern. Politiker, Richter, Polizisten, Kriminelle, Priester und sogar Ärzte. Alle Angehörigen dieser Elite-Ripton haben ohne den geringsten Widerstand das Knie vor ihm gebeugt. Zyv leitet alle seine Geschäfte über Assistenten und Unterhändler. Niemand weiß mit Sicherheit, wie er aussieht und wo er lebt. Es wird nicht einfach, an den Arsch heranzukommen. Aber Whipton kann nur gerettet werden, wenn er in Handschellen endet oder mit einem Kopfschuss. Noch mehr Text. Wir sind nur eine kleine Einheit abtrünniger Cops, die sich den Dienst am Verbrecherkartell verweigert haben. Wir haben die Truppe verlassen und sind im Untergrund gegangen. Wir treffen uns in einer heruntergekommenen Hütte im Wald anstatt in einer Dienststelle. Statt Streifenwagen haben wir einen alten Fury-Cola-Lieferwagen. Statt Essen aus der Kantine haben wir getrocknete Äpfel. Statt Waffen aus einer Waffenkammer teilen wir uns mehrere rostige Revolver und eine Handvoll Kugeln. Aber wir tragen weiterhin stolz die Uniform. Wir mögen außerhalb des Gesetzes agieren, aber wir sind die einzigen, die es noch schützen. So, die Lagerbestände der Rebellen. Wir sind in der Regel knapp. Denken Sie also dran, vor jeder Mission den Händler aufzurufen. Wir suchen den Händler auf. Der Kampf gegen das Verbrecherkartell ist eine teure Angelegenheit. Daher haben die Bewohner übrigens ein kleines Budget für uns zusammengelegt. Mit diesem Geld können Sie Ihren Kampf aufnehmen. Aber dies sind die Rücklagen der Ärmsten der Stadt. Und Sie werden bald... Ach, Sie werden sie bald zurückbrauchen. Hä? Sie geben uns Geld und dann brauchen Sie es wieder? Mh-mh. Das gibt's nicht. Straßenruf zeigt an, was die Leute von Whipton über Sie denken. Sie werden nicht gerade zufrieden sein, wenn Sie Ihre Probleme ignorieren oder wenn bei Ihren Einsätzen uns Schuldige sterben. Nehmen Sie Ihren Ruf ernst. Er beeinflusst die Stimmung der einzigen Person, die mutig genug ist, mit Ihnen zu handeln. Und weitere Dinge. Tja, wir haben 0 Dollar. Und es sind alles nur Pistolen. Schrotflinten werden wir nicht kriegen. Oder was? Ah, das ist natürlich ein bisschen... Ne gut, wir sind Cops, ne? Wir wollen ja... Aber man hätte ja auch was. Rucksack erhöht die Tragekapazität aller Polizisten von 450 Euro. Äh, Dollar. Von 3 auf 6 Objekte. Können wir was färgen? Ach, nicht, da ist unser Geld. Okay. Und wir haben Ruf minus 1. Fick dich, du kleiner... Schieß dich in den Kopf, du. Verkaufen. Das ist alles, was wir haben. Naja, haben wir noch Munition? Dietrich. Taser! Kostet 705 Dollar? Und ein verfickter Revolver, 345? Das sind aber keine echten Preise. Schalldämpfer ist auch recht günstig. Aber wir haben nur Revolver, ne? Naja. Gut. Haben wir mal gesehen. Och. Gestern sind Victor Zivs Leute zu meinem Haus gekommen und haben gesagt, sie bräuchten meine Dienste. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen sei, aber sie haben mich aus dem Haus gezerrt und mir klar gemacht, dass der Chef persönlich mich bräuchte. Offenbar wollte Zivs immer noch einmal schon mal lernen, wie man mit einem Scharfschützengewehr schießt. Und er hatte gehört, dass ich der Beste der Stadt bin. Aber ich habe keine Ahnung, wie gut ich noch schießen kann, nachdem seine Schläger auf meinen Finger herumgetrampelt sind. Aber ich sage ihnen eins. Ich gehe. Ich habe eine Familie. Und wenn Zivs herausfindet, dass ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, wird er das an mir auslassen. Und seien wir ehrlich. Wir haben keine Chance und meine Kinder brauchen etwas zu essen. Das heißt, ich habe jetzt keinen Scharfschützen mehr? Oh. Ich habe mich verschluckt hier. Mh. Die Rebellen haben nicht immer Geld für eine vernünftige Karte. Ich muss nur noch selber zeichnen. Ja. Starten wir nochmal eine. Dominik Idova, Sicherheitschef für Unternehmen, kann ich nicht aussprechen, soll sich in einem Zug befinden, der dem Bahnhof von Ripton passieren wird. Grinsburg hat früher ganz Ripton kontrolliert. Aber als Victor Zivs in die Stadt kam, zog er sich in die Schatten zurück. Wenn Sie etwas über den neuen Verbrecherboss in der Gegend erfahren wollen, könnte es nicht schaden. Zechariah Ginzburg aufzuspüren. Und wer könnte mehr über seinen Aufenthaltsort wissen, als der Chef seiner persönlichen Sicherheitsgruppe? Dieb! Nein! Er scheint, als wären Casimir Chefs, oder wie man ihn aussprechen mag, nicht nur ein guter Schütze. Er ist auch ein gerissener Dieb. Als er gegangen ist, hat er eine der Ausrüstungskisten geräumt. Jetzt wird unser Kampf gegen den Arschloch und seine Armee noch schwerer. Guerillia-Taktiken setzen auf Überraschung und Heimlichkeit, nicht auf hohe Opferzahlen. Na, ich mag aber hohe Opferzahlen. Sie wollen sich nicht Mann für Mann den Gegner stellen, daher können Sie auch nicht mehr als sechs Polizisten auf eine Mission mitnehmen. Um zu entscheiden, wen Sie auf einen Einsatz mitnehmen wollen, klicken Sie auf den Reiter für die Hauptmission und gehen Sie alle zur Verfügung stehenden Informationen durch. Ja, oh Gott. Also ein Text spart das Spiel nicht. Dringende Ziele, oder Ziele generell. Dringen Sie den Kontrollraum vor und aktivieren Sie die Bremsen, bevor der Zug eintrifft. Verhaften Sie Dominik Idova. Der Zug mit Dominik Idova soll fahrplanmäßig nicht in Wippen halten. Um ihn zum Anhalten zu bringen, müssen Sie den Kontrollraum, ja, blablabla, blablabla, Bremse, das, ha, 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 ha. Der Bahnhof wird von privaten Sicherheitsleuten bewacht. Das sind normale Leute, keine Schläger. Versuchen Sie, sie so unauffällig wie möglich zu verhaften. Um in den Kontrollraum zu gelangen. Blablabla, Leute, blablabla, Sie werden mit Sicherheit Alarm geben, wenn der Zug hält. Sie sollten sich auf eine Schießerei einstellen. Ja, okay. Oh, wir haben ja ganz viele Polizisten. Vergessen Sie nicht, Ihre Polizistinnen und Einsatz auszurüsten. Man sieht ja auch, es sind hier auch echt alte Kreise dabei. Bulka! Was gehst du? Ich nehme Bulka. Kann ich Bulka, Bulka, Inventar. Alle Schusswaffen benötigen Munition. Sie können zusätzliche Magazine mitnehmen. Was hat... Ungeladene Revolver. Scheiße, dann haben wir wenig Munition, ne? Reservemagazin muss ja mit. Gummiknüppel. Erste Hilfe. Messer. Ne, nehmen wir nicht mit. Zusätzlich zum Hauptziel können Sie auch auf den meisten Missionen noch weitere zusätzliche Aufträge annehmen. Dies sind dann Bitten der Menschen aus Wirkten. Manchmal simpel, manchmal komplex und gefährlich. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, das ist schon klar. Ja, jetzt geben wir mich auf den Sack, ey. Ich will jetzt da die eine andere Mission machen. Kommen wir später zu. Wayne Koch. So, kann ich jetzt die da mitnehmen? Weil eine Mission wollte ich nochmal machen. Da wird das Video zwar ein bisschen länger, aber... Hat der noch... Den hatten wir noch in der Mission. Der hat auch keine Ausrüstung. Ausrüstung. Blendgranate hat er aber. Und der hat die Blendgranate. Golden nimmt man mit. Die hat auch nichts. Golden ist aber hinterlistig. Die hat ein Messer. So, dann brauchen wir Bone. Bone ist mein Liebling. Der ist cool. Der kriegt einen Schlagstock. Munition. Scheiße. Dann nehmen wir nochmal einen mit. Brook Breaker. Der macht nichts. Der hat... Der braucht keinen... Ach, komm. Räuber kriegst du auch. Einmal Magazin rein. Der kriegt die... Schlagstock. Messer. Lidrische. So. Der ist eher so mein Supportmann hier. Mehr haben wir nicht. Und ähm... Was ist das hier für eine Mission? Ripton. Das ist das Zentrum der Kultur für die ganze Gegend. Wir haben... Einiges, auf das wir stolz sein können. Aber die beliebteste Attraktion ist der kostenlose Arcade-Automat von Mark War auf den zentralen Platz. Dieses seltene Stück zieht immer eine lange Schlange Kinder und eine Menge Zuschauer an. Aber bevor Victor das Arschloch, Leute in der Stadt auftauchten, haben sie sich den Automaten geschnappt und in einen Lagerhauf auf den Bahnhof gebracht. Ich habe gehört, dass sie da inzwischen eine ganze Spielhalle haben. Wenn sie da hingehen, sollten sie... Was? Hingehen sollten. Bringen sie mit den Automaten zurück. Stellen sie ihn wieder. Ach so. Es gibt dreimal Munition und eine Schrotflinte. Es gibt auch eine Schrotflinte. Halleluja. Es gibt nichts über eine Schrotflinte. Akzeptiert? Ach so. Das ist eine separate Mission. Dann würde ich sagen, machen wir das. Wo kann ich jetzt sagen, was ich jetzt mache? Bahnhof. Er zählt das aber trotzdem dahin, irgendwie. Ey, ich packe da einfach Leute in, die nichts haben. Ach so, das geht nicht. Hm. Dann schicke ich den Kleinen da noch hin. Mach das höchstens alleine. Der Kleine ist ein Rambo. So. Wertvolle Gegenstände. Verletzte Polizisten und bestimmte Kriminelle sollten entsprechend ihre Missionszelle zur Aktivierung überrachten werden. Äh, Evakuierung. Sie können das Spiel nur dreimal pro Mission sichern. Weitere Spie... Äh, Speicherplätze können freigestaltet werden, indem sie ihm mehr Aufträge annehmen. Die Zahl neben dem Icon der Floppy Disk zeigt an, wie viel Speicherstelle sie noch haben. Fick dich. Ihre Polizisten können in beliebiger Reihenfolge handeln. Und ihre verbleibenden Aktionspunkte zu jedem Zeitpunkt eingesetzt. Okay. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt den einen oder den anderen spielen. Wir haben 1, 2, 3, 5. Sofort. Dann habe ich das nicht verstanden, warum ich da noch welche zur Seite hinziehen sollte. Die Spielhalle, das sollte ja hier drin sein. Oder hier. Oh, ist ja richtig groß. Oder hier. Ah, da ist auch schon einer. Ah. Ah, wir hätten in zwei... Fuck it. Wir hätten sie besser aufteilen können. Okay. Ähm... Da ist ein Gegenstand. Ah, die müssen wir zusammen irgendwie... Ich... Bulka, warte mal lieber hier. So, kann ich... den? Affirmative. Hey, was ist das? So, bauen. Roger. Got a visual. Ah. Da ist noch einer. Ah, ich will noch warten. Right away. Okay, du... Ich kann dich nicht vorsetzen. Das macht keinen Sinn. So, dann haben wir den einen noch hier. Zack. Oh, ich kann beide Blenden unterschießen. Hat er einen Schlagschock? Scheiße, der hat keinen Schlagschock. Da habe ich ja genau den richtigen dahin gepackt. Okay, am Anfang... Taktik ist schon mal nicht wichtig. Achso, der geht weiter. Das ist gut. Der geht aber auch. Der auch. Vielleicht können wir den gleich trotzdem alleine von hinten suchen. Auch in halber Deckung sind Polizisten vor Kriminellen verborgen. Ah, danke. Polizisten können aber entdeckt werden, wenn sie die Deckung wechseln. Oder wenn sie... Ja, von der anderen Seite kommen. Ist schon klar. Entstanden. Freut sich sogar. Uh, yeah. Done and done. Scheiße. Das Problem ist... Warum kann ich nur... Ich will ihn... Ich will ihn zerhackstückeln. Okay. Ich habe Angst, dass der gleich mich sieht hier. Oder dass der andere zurückkommt. Ich weiß nicht, wie weit er läuft. Wir... Wir... Wir warten hier. Wir warten hier. Der andere geht weiter. Hoffentlich. Okay. Wenn sie eine bestimmte Aktion, wie das Werfen einer Granate, das Wechseln, Nachladen von Waffen oder Austauschen von Gegenständen mit einem Partner führen, drücken sie auf... Ja, ist mir gerade egal. Ich will gerade nichts drücken. Wir eher wissen, wo der hingeht. Ich mache jetzt mal einen Test. Wenn nicht, habe ich verkackt. Ist ja egal. Ich sage jetzt, er gebe dich. Ah, hier ist die Wahrscheinlichkeit. Nimm ich nicht sehr hoch. Ah, er hat ja keine Waffe. So, doch, hat er. Dann gehe ich jetzt mal hin. Knüppel den Typen, Mann. Ach, ich muss wirklich rangehen. Okay. Okay. Die Polizisten erhalten für ihre Erfahrungspunkte. Das finde ich schon mal sehr gut. So. Warum lebt er noch? Ähm. Will do. Jetzt seid ihr ein bisschen beschissen. Nehmen. Oh, Himbeer-Marmelade. Ho, 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 ho. Da hat sich der Einsatz ja richtig gelohnt. Ich weiß nicht, wie der andere geht. Ich versuche es lieber mal vorsichtig. Ah, der kann nämlich nicht... Äh... Der hat nämlich nichts zum Schlagen. Und ich glaube, wir hatten noch Gummiknüppel, ne? Ja, und der andere ist noch zu nahe dran. Das versuche ich noch nicht. Also, ich finde, er ist zu nahe dran. Weil der wird bestimmt schießen. Ich brauche wahrscheinlich zu lange, aber ich weiß nicht, wie die KI reagiert. Und mir fällt dieses andere Spiel nicht ein, verdammte Axt. Bieg ab, Junge. Wenn nicht, habe ich ein Problem. So, Sie können sich die Ziele und Nebenziele in der Mission anzeigen lassen. Mit der Shift-Taste. Wow, danke dir. Verbleibende Runden 13? Ach, das geht doch alles auf Zeit. Fuck. Ich hasse ja sowas. So, du kannst den erstmal... Warte mal. Ne, warte mal, warte mal. Du hast doch Knüppel, ne? Got it. Okay, ja, ich mache es nicht. Danke für den Waren. Stopp. Hands behind your head! Für jeden verhafften Kriminellen erhalten die Rebellenpunkte. Das ist eine spezielle Währung, die sie im Kommandozentrum ausgeben können. Übrig gebliebene Rebellenpunkte bleiben für späte Revisionen erhalten. Wechseln Sie ihn zum Kommandozentrum. Ja, okay, ist mir gerade egal. Ja, jetzt nicht. So, geh mal wieder. Warte. Du bleibst... Ach, du, da liegt ja was. Oh, lecker Weinchen. So. Hat er anscheinend? Wir sind echt nicht weit vorangekommen. Ich bin grottenschlecht. Ich bitte, dies zu entschuldigen. So. Er kommt zurück. Ja, Alarm. Fuck. Gut. Ich habe dann, glaube ich, jetzt schon die Mission verkackt. Wir haben jetzt schon gelernt, alle brauchen Schlagstöcke. Warum weiß er auf einmal, dass da Leute sind? Hat er einen Schlagstock? Kann ich ihn jetzt festnehmen? Nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt... Ziel fehlgeschlagen? Fuck. Ah, ich glaube, das war ein Satz mit X. Ich spiele es mal zu Ende, dann kann ich eigentlich quasi von vorne anfangen. Ich hasse Spiele, wo ich nicht vom... Ähm... Wo ich mich nicht durchschießen kann. Ja, du musst warten. So. Ja, tut mir leid. Kannst auf den Typen schießen. Ergeben will er sich nicht. Affirmat. Er ist down. Ich bleib's mal hier. Ah, der ist noch nicht... Es sind auch zu viele Leute. Das ist schon herausgekriegt. Paara, ich sehe... Ah, ich sehe... Ja, Mr 30. Aber das ist schon raus. Das war's. Ja, die wissen glaube ich nicht, wo wir sind. Da bleibe ich nochmal in Deckung. So, du jetzt aber. Ich kann nicht auf den schießen. Oh, die haben meinen Kollegen umgeballert. Oh, die haben meinen Kollegen umgeballert. Scheiße. Okay, er hat sie doch gesehen. Und das sind keine Elite-Wachen und so, ne? Haben sie ja am Anfang gesagt. Ganz easy-peasy-Wachmänner. Ja, jetzt geht's nur noch ums nackte Überleben. Schweine. Was? Schieß doch mal richtig. Oh Gott, das sieht echt scheiße aus. Den einen holen wir uns da jetzt. Ah, es sind zwei Positionen gewesen. Ich hab grad zwei Aktionspunkte verloren. Ich mach grad alles scheiße. Also, wenn ihr das Video seht, so soll man's nicht machen, ne? So werden viele, viele Stellen als Polizisten frei. Oder als Rebel Cops. Ja. Mission complete! Mein Ziel war es, dass es die Verbrecher gewinnen. Juhu! Ja. Hm. Also, das Spiel, ja, es ist halt so ein bisschen Comic-Style. Das ist so, was mir nicht so gefällt. Aber diese, 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 so, ich mag so taktisch rundenbasierte Spiele, wo ich da mit Leuten, ähm, rumkämpfen kann. Was ich nicht, oder was meine Schwäche ist bei solchen Spielen, ist immer, ähm, ja, so im Verborgenen zu agieren, quasi die Leute auszunocken. Auszunocken, ähm, bei mir, ich versuche es meistens. Es klappt da nicht. Und dann schieße ich mir den Weg frei. Hab da meistens so gut, äh, Feuerunterstützung. Mir fällt grad ein Jack Alliance. War, glaub ich, mal so ein Spiel, was man so gezockt hat. Dann gab's noch irgendwie eins, zwei andere. Und mir verfällt nochmal, verfickt nochmal, nicht dieses, wie hieß denn dieses Alien-Spiel, was ich schon zweimal gespielt habe. Gab zwei Teile von Remakes aus den 90ern, glaub ich. Und da haben's neu aufgesetzt. Und mir fällt's nicht ein, gerade. Das war nämlich, das war ähnlich. Du hast deine Einsätze gehabt. Du musst die Erde verteidigen von diesen Aliens. Und das war auch ein tolles Spiel. Aber ich fand das, ich hab mich richtig doof angestellt. Aber wie gesagt, für, ich muss sagen, für acht, neun Euro, ähm, bin ich voll und ganz zufrieden. Bin ich voll und ganz zufrieden. So viel Story hätte ich gar nicht erwartet, wie gerade kam. Zu viel Text. Ich hätte einfach gedacht, oh, hier, Bösewicht, schnapp mal. Ne, also die Story ist jetzt nicht tiefgründig, aber mit so viel Text habe ich jetzt nicht, äh, äh, gerechnet. Und, ähm, ja, das, was es machen soll, scheint zu funktionieren. Gut, jetzt fangen wir wieder quasi von vorne an. Weil ich so schlecht gespielt habe, wird mir nochmal alles erklärt. Zu Recht, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie groß jetzt die Kampagne ist. Aber ganz ehrlich, wenn's auch nur zehn Missionen sind, für acht, neun Euro, ich glaube, die haben's gerade runtergesetzt, normalerweise zehn Euro, ähm, kann's nicht meckern, finde ich. Auch wenn's nur zehn Missionen sind, oder kann ich mir nicht vorstellen, lass es 20 sein mit Nebenquests. Dann hast du gut zu tun. Ich kann jetzt die Mission nochmal machen. Und, ähm, ja. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mir hat's Spaß gemacht bisher. Wenn er, wie gesagt, Rundenstrategie mag und besser planen, als ich, äh, äh, besser planen kann, dann liegt mir da genau richtig. Äh, nochmal eine Info, ähm, nebenbei. End, Ah, mir fällt jetzt der Name nicht, äh, dieser, ähm, Anchesters? Äh, An- Ich brich das immer falsch aus. Das Affenspiel, was ich euch gezeigt habe, was ich auch erst, ähm, wovon ich nur vier Folgen gemacht habe, ich bring da keine Folge mehr raus. Ich hab da, wenn ich an dieses Spiel denke, hab ich irgendwie keine Lust mehr. Wenn ihr wissen wollt, warum oder so, dann schreibt's mir nochmal in die Kommentare, aber ich mach davon keine Videos mehr. Ob ich hiervon noch mehr zeige, weiß ich noch nicht von diesem Spiel hier. Ähm, äh, ich werd's auf jeden Fall noch mehr, äh, noch ein bisschen spielen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt, das zu sehen. Wenn doch, schreibt's mir in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.